Hi, das hier ist Pooh. Pooh ist ein kleines, rundes, braunes Ding und isst gerne, vor allem isst es gerne, es spielt auch gerne und macht andere Sachen, ja, euch gerade zuzwinkern. Ich bin der Zwergenfürst und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Appletztest, einem neuen Spiel mit dem Zwergenfürst, sagte ich schon, dass ich der Zwergenfürst bin, ja, ich würde mal sagen, da das Ding gerade hungrig ist, füttern wir es doch mit was Gesundem, ja, ein wenig Wasser noch dazu zur Karotte, damit der Nachgeschmack von der Karotte nicht bleibt. Ein Schoko-Weiß zum Nachtisch, das soll natürlich auch nicht verwehrt bleiben. Oh, und hat sich schon dreckig gemacht, ihr seht es gerade, ja, ihr seht es auch hier oben, ich bin schon Level 6, ich habe das schon mal vorher ein bisschen getestet, ich hoffe, das stört euch nicht, es ist nicht viel Action, ops, Leistung entsperrt, wasche 10 Mal, ja, wie ihr seht, habe ich es auch schon 10 Mal gewaschen, das werden wir natürlich jetzt mal teilen. Juhu, ich habe es gefeatet, so, wird es natürlich auch noch abgeduscht. So, zack, die Duster, haben wir das geschafft, hier ist das Labor, dort können wir die Gesundheit auffüllen, die ist hier noch ultimativ, da haben wir hier Tränke, das ist der kleinere, der kleinere Gesundheitstrank, das ist der große Gesundheitstrank, das ist ein Fitness-Trank, damit kann ich ihn abnehmen lassen. Und das ist ein Komplett-Heil-Trank, der füllt das Ganze hier oben grün auf, wenn es rot ist. So, vielleicht kann ich mal den Eintrank hier benutzen, den Fettverbrenner-Trank. Vielleicht hilft es? Ne? Ja, würde ich einsetzen. Spielzimmer, hier können wir beispielen, da füllt sich auch schon oben die Leiste auf, die hier. Hier haben wir Essen, Gesundheit, Spaß und Energie, da müssen wir immer darauf achten, dass das alles aufgefüllt bleibt. Hier gibt es natürlich Spiele, wie Skyjump, das geht natürlich jetzt nicht, dafür muss ich das Handy ein bisschen ankippen. Ja, ja, das ist dann jetzt hier relativ beschränkt. Weg mit hier Werbung. Hopp. Ah, ja, geht halt nicht. Gibt es noch Spiele, wie Skyhop, Footdrop, Cliffdash, Freeform, Hilldrive und Tic Tac Poe und so weiter. So viel zu den Spielen, kann man im Shop natürlich noch, ne, das hat jetzt hier nichts viel mit Spielen zu tun, doch hier das Bälle, kann ich einen Pingpongball, in braun, da brauche ich aber, okay, habe ich besorgt, hier ein brauner Ball, das ist doch super, ein brauner Ball, perfekt. Gekauft. Passt doch viel besser. Kann ich natürlich auch noch einen Tennisball, erst mit Level 10, Volleyball erst mit Level 20, Bollingkugel, oh, das muss es wehtun, wenn man das auf die Schnauze kriegt, Level 30, Basketball, oh, kann ich jetzt schon. Und jetzt orange und Basketball, ne, erst mit Level 30, ja, haben wir jetzt am Anfang noch diesen Kotzball, so viel dazu, hier kann man natürlich auch Puh noch ein bisschen gestalten, Körperfarbe zum Beispiel, könnte man jetzt hier, gelb, grün, türkis, rot, steht uns zur Verfügung. Die anderen kann man erst mit entsprechenden Leveln freischalten, hier Level 8 bräuchte ich, um orange, rosa, fuchsia, magenta, lila, violett, blau freizuschalten. So, ist bald erreicht, ich bin Level 6. Ich glaube, aber braun gefällt mir besser. Ich könnte mal alternativ mein Geld probieren. Uah, ne, das sieht nicht so toll aus. Erstmal lieber braun. Outfits. Outfits. Mente. Ne, kann ich mir noch nicht kaufen. Brauchen wir ein bisschen viel Geld für. Kitten kann man auch kaufen. Erst ab Level 30. Selbstverständlich. Augenfarbe kann man ändern. Schwarz haben wir. Für viel Geld kann man die Farbe ändern. Hier grün. Soll ich es kaufen? Von Schwarz eigentlich ganz in Ordnung. Muss ich nicht unbedingt kaufen. Nein. Kann man natürlich auch Masken. Bärte. Erst ab Level 60. Och, schade. Ist halt ein Spiel, was man öfter spielen muss und hier halt versuchen, kaufen. So. Später. Was man hier machen kann. Was man hier machen kann. Ist folgendes. Ist folgendes. Du sprichst für dich alles was du ins Mikro sprichst. Ganz korrekt. Ganz korrekt. So. Duschen wir den nochmal ab hier. Ne, geht nicht ohne Seife. Kann man natürlich noch dann draußen gehen. Kann man hier die Blumen gießen. Ne, die Pooh gießen. Oh, Level 7. War schön. Handy. Mit Leistungen, Fotos, Freunde. Das sind so die Einstellungen hier. Die kann man auch streicheln. Auch wenn er draußen ist. Oh, Spielplatz. Das kenn ich ja noch gar nicht. Ist aber ein schlechter Torwart. Ne, die Pooh. Goal. Oh, hat er gehalten. Ah. Ich bin stolz. Oh nein. Ich muss den sozusagen auffahren. Ah. Tja, daneben. Garage. Hier. Wieder rein. Eintreten. So, ab in die Halle. So. Dann sage ich mal, hoffe euch hat dieser kleine Part mit Q gefallen. Däumig nach oben soll es euch gefallen haben. Däumig nach unten soll es euch gefallen haben. Däumig nach unten soll es euch nicht gefallen haben. Oder lassen, falls ihr neu auf meiner Kamera seid und ja keinen weiteren Part von einem weiteren Letztest mit dem Zwergfürst verpassen wollt. Verabschiedet ihr euch jetzt von diesem Part und hoffe ihr abonniert den Zwergfürst. So. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Haut rennen.